Ich bin total im Arsch. Ich bin so durch. Ich bin total fertig. Ich hör dich nicht im Mikro. Ich bin total fertig. Und auch nicht am Kopfhörer. Ich mich auch. Du bist ganz schön leise. Das liegt aber nur daran, weil ich von hinten spreche. Das hab ich jetzt akustisch nicht ganz verstanden. Aber ich bin trotzdem total müde. Ja, ich hab überlegt, ob ich jetzt mal schlafen gehe. Aber ich bin mir sicher, das hat keinen Effekt. Aber vielleicht kommt ja noch was im Fernseher. Ja, magst du den mal anmachen? Ja, ich kann den ja mal anmachen. Wo ist die Fernbedienung? Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich bin zwischendurch eingeschlafen. Die ist bestimmt auf dem Fernseher drauf. Ach ja. Da gehört sie auch hin. Ja, dann ist sie entfernt. Entfernt, die Fernbedienung. Was hast du gesagt? Ich bin schon wieder eingeschlafen. Schon wieder eingeschlafen. Bist du schläfst denn du andauernd ein? Bitte? Warum du andauernd einschläfst? Ach du. Du bist hier. Nee, total gut. Mach doch mal den Fernseher an. Hab ich doch. Ach so. Kommt nix. Ich bin müde Ich weiß nur warum Ich wünfent den Tag wie ich nur herum Ich bin müde Ich weiß auch warum Den ganzen Tag hänge ich nur herum Ich bin müde Ich weiß aber warum Den ganzen Tag hänge ich nur herum Ich bin müde Ich weiß aber warum Den ganzen Tag hänge ich nur herum Ich bin durch Der Hauptschalter Der ist auch aus Ich gehe da mal wieder zum Fernsehen hin Und schalte den Poveronhof ein Achso Wenn ich zwischendurch nicht einschlafe Dann schaffe ich das eben noch Ja warte ich stehe schon auf Das ist nett danke Ich war schon wieder eingeschlafen Aber ich habe diesmal die Augen offen gelassen Aber ich habe Hunger Hunger Das habe ich ganz vergessen Ich habe ja geschlafen Das kann man vergessen wenn man schläft Das ist richtig Hast du jetzt eigentlich den Fernseher schon angemacht? Nein ich habe doch Hunger Ich höre dich immer so auch so schlecht Außerdem wo ist denn die Fernbedienung? Ach ja auf dem Fernseher Die liegt am Fernseher ja Die liegt auch im Fernseher Und der ist immer noch aus Der ist immer noch aus Ich mache den mal an Alles klar Ey Alter Fernseher Verpiss mich Reicht das oder? Ne reicht noch nicht Der ist immer noch aus Vielleicht sollten wir ihn anfeuern Ich drücke jetzt mal den Knopf Fernseher 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 Ich gucke den ganzen Tag nur fern Wenn ich nicht schlafe Fernseher 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 Ich bin müde Ich weiß aber warum Den ganzen Tag hänge ich nur herum Ich bin müde Ich weiß aber warum Den ganzen Tag hänge ich nur herum Und ich bin durch Hör mal wie war das jetzt mit dem Fernseher Ja warte 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 Ich hab ich sehe schon wieder nichts Ich muss jetzt erst mal was essen Alter ich muss aufs Klo ne Ich muss jetzt erst mal was essen Ja aber ich schaffe das nicht auf Toilette Weil ich bin so im Arsch Ich weiß gar nicht was ich machen soll Lass laufen Lass einfach laufen Ja dann würde sich das auch mit dem Essen auch erledigen dann Zum Beispiel Dann brauchst du auch nicht aufstehen Brauchst du auch nicht so aufstehen Du hast ja auch keinen Hunger Ne hunger nicht Ich bin auch viel zu müde Aber ich hab Hunger Okay Achso den würde ich jetzt gerne in den Fernseher einschalten Achso Ich glaube ich hole mal die Fernbedienung Was? Ich hole mal die Fernbedienung Ja gut Und hast du den Fernseher schon angemacht? Warum? Ich weiß auch nicht Ich bin gerade wieder eingeschlafen War da nicht irgendwas? Ja doch Mit dem Fernseher? Ja mit dem Fernseher Der ist noch aus ne? Der ist noch aus Ich gehe mal ein paar Wochen aus Genau Sag mal wolltest du nicht eigentlich auf Toilette? Also ich hab ganz schön Hunger Nein du wolltest auf Toilette Achso Ich hab das schon wieder vergessen Du hast das noch vergessen mit dem Hunger Ja ich bin auch Ich bin mir nicht mehr ganz sicher Ich schau nicht Wer steht jetzt auf? Du wolltest den Fernseher anmachen? Nein das wolltest du machen Ach ich wollte die Fernbedienung holen Weil die auf dem Fernseher liegt Ja ich verstehe Weil ich bin schon wieder eingeschlafen gewesen Ich bin schon wieder durch Ja Ich bin müde Ich weiß ja warum Ich häng den ganzen Tag nur rum Ich bin müde Ich weiß ja warum Ich häng Ich wünschen Tag Hänge ich nur herum Ich bin müde Und ich weiß ja warum Ich häng den ganzen Tag nur herum Ich bin müde Und ich bin durch Ich bin durch Ich bin durch Ich bin durch Alter was war jetzt mit dem Fernseher Holst du jetzt was zu essen Dann mach ich den Fernseher an Ja gut ich kann jetzt Ich kann jetzt den Fernseher anmachen Weil für mich auf Toilette kannst du ja nicht gehen Das geht jetzt mal den Fernseher an Das geht jetzt Geh mal den Fernseher anmachen Jetzt stehe ich auf Ich gucke in der Küche Ob da noch was Irgendwas Essbares ist Wo sind eigentlich meine Schlagen? Dann packe ich das ein Geh dann auf Toilette Wasch mir auf keinen Fall die Finger Komm dann wieder Ja ist lecker Dann hoffe ich hast du den Fernseher endlich dann angemacht Ja das geht bestimmt lecker Und lass die Fernbedienung Lass die Fernbedienung bitte nicht auf dem Fernseher liegen Weil wir wollen uns dann auch aufs Sofa setzen Ja Dann kannst du nämlich dann wieder hinlaufen Also ich stehe jetzt auf Alles klar Wo sind denn meine Schlagen? Ich sehe gerade wieder nichts Ich habe die Augen schon wieder zu Mann 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 Bin aber auch im Arsch Alter wie schaffst du das? Wie schaffst du das immer? Was denn? Ich bin müde Ich weiß auch warum Ich häng den ganzen Tag nur herum Ich bin müde Ich weiß auch warum Ich häng den ganzen Tag nur herum Ich bin müde Ich häng den ganzen Tag nur herum Ich bin müde Oder den ganzen Tag häng ich nur rum Ja ich häng den ganzen Tag nur rum Den ganzen Tag häng ich nur herum. Ich auch. Den ganzen Tag. Alles klar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich auch nicht. Oder ist es der ganze Tag, der ich rum bin? Der ganze Tag hängt sowieso nur um mich rum. Also ich hänge den ganzen Tag in ihm nur rum. Ich trinke lieber rum. Das hört sich jetzt ein bisschen eklig an. Das mit dem rum oder das mit dem Trink? Nee, mit in ihm drin rum. Ich hänge in ihm rum den ganzen Tag. Ich trinke lieber rum. Ist aber nicht schlimm. Mir geht es auch jetzt eigentlich ein bisschen besser. Die Mucke macht so ein bisschen gute Laune. Was für eine Mucke? Der Fernseher ist doch aus. Ja, ich habe Halluziner. Wie denkst du das? Audible Halluzination. How deep is your love? Ja, nicht nur, dass ich dich jetzt dreimal sehe. Ich höre auch alles fünffach. Du hörst alles fünffach? Was? 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 Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Sprich doch lauter, 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 lauter. Das ist eine gute Idee. Idee, 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 Idee. Freunde, Freunde, lauter, Freunde, lauter, lauter. Hast du eigentlich noch Hunger? Hunger, Hunger, Hunger? Freunde, schöner Götter, Funken, 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 Telefonken, Telefonken. Egal. Ich bin müde, den ganzen Tag hänge ich nur herum. Ich bin müde, ich weiß nur warum. Den ganzen Tag hänge ich nur herum. Ich bin müde, den ganzen Tag hänge ich nur herum. Ich bin müde, und ich weiß nur warum. Den ganzen Tag hänge ich nur herum. Ich bin müde. Durch, 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 durch. Ich bin müde, 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 ich bin müde. So, jetzt war ich's. Machst du Essen? Alles klar. Ich geh jetzt auf Toilette und du machst Essen. Ich mach jetzt Essen, dann mach ich dir Freude. Ich finde, das ist total toll, dass du jetzt Essen machst. Das ist schön. Du kannst ja vielleicht auf dem Weg von der Toilette zurück, kannst ja vielleicht die Fernbedienung mitbringen. Machst du dir die Hände? Ja, ist kein Problem. Ich hab jetzt wieder, ich seh wieder nix. Was hast du? Ich seh wieder nix. Was hast du? Ich seh wieder nix. Was? Ich seh wieder nix, 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 nix. Ich hab schon wieder Halluzinogene. Die Gene. Die Gene. Die Gene. Was hast du gesagt? Du hast den Kopfhörer auf, deswegen verstehst du mich nicht. Ich wollte ja Fernsehen sehen. Den Fernseher. Ja, deswegen hab ich Kopfhörer auf. Vielleicht lassen wir das mit dem Fernseher. Mach mal Radio an. Was für ein Radio? Radio, Alter! Du Penner! Radio. 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 Das war Radio an. Radiologie. Ich mach das Radio an. Radio an. Ich mach das Radio an. Weil der Fernseher ist mir scheißegal. Ich hab keinen Bock aufzustehen und die Fernbedienung immer wieder liegen zu sehen. Ich mach das Radio an. Ich mach das Radio an. Ich mach das Radio an. 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 Ich mach das Radio an. Ich mach das Radio an. Ich mach das Radio an. Ach, ich wollte auf Toilette. Was ist das für eine Fütze da auf dem Boden? Ich weiß auch nicht, was das für ein Würstchen auf dem Fernseher ist. Was ist das? Ich kann mich auch nicht erinnern, im Bad gewesen zu sein. Ich kann mich auch nicht dran erinnern, im Bad. Und dann kannst du mal gucken, was für eine Konsistenz das Würstchen hat? Nee. Auf dem Fernseher? Nee, das ist nicht. Ich kann es nicht wissen. Aber das wäre ganz interessant, oder? Das ist bestimmt eine interessante... Alter, ich schlaf grad schon wieder ein. Wir müssen noch was singen. Ja, komm. Ich bin müde, ich weiß aber rum. Ich hab den ganzen Tag nur herum. Ich bin müde und ich weiß aber rum. Den ganzen Tag hänge ich nur herum. Ich bin müde, ich weiß aber rum. Den ganzen Tag hänge ich nur herum. Müde und ich weiß aber rum. Den ganzen Tag hänge ich nur herum. Ich bin müde und ich weiß aber rum. Den ganzen Tag hänge ich nur herum. Ich bin müde und ich weiß aber rum. Den ganzen Tag hänge ich nur herum. Ich bin müde, ich bin müde, ich bin müde. Ich bin so müde, ich bin so 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 fast verdammt gemüde. Ich bin so müde, ich weiß aber rum. Den ganzen Tag hänge ich nur herum. Ich bin so müde, ich bin so müde, ich weiß aber rum. Den ganzen Tag hänge ich nur herum. Ich bin so müde, ich bin so müde. Ich bin so müde. Alter, scheiß die Wandern. Ich bin so müde. Ich weiß gar nicht wie das passieren konnte. Ich bin so müde. Ich hab gestern noch, hab ich mir alles sauber gemacht. Ich bin so müde. Ich bin so müde. Ich hör mich nicht. Also dich hör ich sowieso nicht. Die ganze Zeit schon nicht. Was? Äh, bitte? Was hast du gesagt? Gesagt, gesagt, gesagt. Hast du was gesagt? Ich hab Halluzinat gesagt. Halluzinat. 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 Nee. Aber ich hab immer noch Hunger. Was warst du? Warst du auf Toilette schon? Mir da liegen Würstchen auf dem Fernseher. Wolltest du nicht auf dem Rückweg die Fernbedienung mitbringen? Mir da liegen Würstchen auf dem Fernseher. Aber jetzt hol doch endlich die Würstchen. Wo ist eigentlich die Fernbedienung? Ach, die liegt ja hier. Hast du ja gesagt. Stimmt. Ich bin gerade wieder eingeschlafen. Ich hab schon... Ich weiß schon nichts mehr. Ich hör überhaupt nichts. Ich weiß gar nicht, dass du... Alter, warum wir nicht mal ein Bier... Hol mal ein Bier, komm. Was für ein Bier? Komm, lass uns ein Bier trinken. Na klar. Im Kühlschrank. Im Eisfach. Im Eisfach, ja. Wie lange ist das schon da drin? Aber es kann doch sein, dass ich das vergessen hab. Wie lange das da drin ist. Dann ist das schon kaputt. Aber ich hab auch keinen Bock aufzustehen, Alter. Ich bin so müde, ne? Ich auch. Ich bin so auf. Ich weiß gar nicht, wie das kommen kann. Das glaub ich bin... Okay, es gibt nur eins, was dagegen hilft. Das ist... Ich bin so müde. Ich weiß ja warum. Den ganzen Tag liege ich noch herum. Ich bin so müde. Ich weiß ja warum. Den ganzen Tag liege ich nur herum. Ich bin so müde. Ich bin so müde. Und ich weiß ja warum. Den ganzen Tag hänge ich nur herum. Ich bin so müde. Ich weiß ja warum. Den ganzen Tag hänge ich nur herum. Ich bin so müde. Deine Stimme ist schon ganz schön merkwürdig. Möde. Wieso ist denn deine Stimme merkwürdig? Ja, weil es ist immer so nach dem Aufwachen. Dann hab ich so einen Kratzen im Hals. Aber das kenn ich von meinen Füßen. Nee, weil mir das Sapper im Mundwinkel immer zurückläuft. Und dann... Du kennst das ja, wenn man dann den Kopf im Nacken hat. Ja. Und dann die Luft immer einatmet. Das kenn ich. Also mein Bett ist ja halt so klein. Ja. Deswegen stoße ich immer mit dir. Das hab ich auch schon gesagt. Ich denke auch, ich muss da was gegen tun. Deswegen hab ich jetzt... Deswegen hab ich jetzt... Hast du jetzt... Hast du gegessen? Ich war auch auf Toilette jetzt. Die Fernbedienung ist auch da. Können wir den Fernseher anmachen? Alles klar. Haben wir alles? Ein letztes Mal. Haben wir alles? Haben wir alles? Ich bin so müde. Ich weiß nur warum. Den ganzen Tag hänge ich nur herum. Ich bin so müde. Ich weiß nur warum. Den ganzen Tag hänge ich nur herum. Ich bin so müde. Ich weiß nur warum. Den ganzen Tag hänge ich nur herum. Ich bin so müde. Ich weiß nur warum. Den ganzen Tag hänge ich nur herum. Ich bin so müde, ich weiß nur warum, den ganzen Tag hänge ich nur herum. Ich bin so müde, ich weiß nur warum, den ganzen Tag hänge ich nur herum. Ich bin so müde, ich weiß nur warum, den ganzen Tag hänge ich nur herum. Ich bin so müde, ich weiß nur warum, den ganzen Tag hänge ich nur herum. Ich bin so müde, ich weiß nur warum, den ganzen Tag hänge ich nur herum. Ich bin so müde, ich weiß nur warum, den ganzen Tag hänge ich nur herum. Ich bin so müde, ich weiß nur warum, den ganzen Tag hänge ich nur herum. Ich bin so müde, ich weiß nur warum, den ganzen Tag hänge ich nur herum.